So, wo geht's denn als nächstes hin? Wir haben da ja bestimmt noch ein bisschen was. Mal anklicken, dass ich da schon mal war. So. Muss ich das selbst rausfinden, wo die Dinger sind? Dass ich mal ein bisschen rumfliege und das dann selbst sehe. Hier, was ist denn hier? Hier müsste auch noch was zum Freischalten sein. Diese Stadt hier. Auf zum Wegpunkt. Wir fliegen ja einfach mal hin und dann sehen wir mal selber nach. Jihah! Alter Falter. Ist das geil. Kann man nicht anders sagen. Ist schon geil. Miau. Das sieht so schön aus. Das ist echt eine sehr schöne, kleine Insel. Hier würde ich auch gerne wohnen. Wow, Bäume, Bäume. Ausgewichen. Easy. Da sehe ich doch schon eine Statue, die explodieren will. So. Perfekt. Diesmal machen wir ein bisschen was anderes. Ich würde den Kopf in die Luft jagen. So. Hehehe. Feinkontakt. Alle Einheiten hierher. Hehehe. Nicht auf meiner Insel. Jihah. So, schnell weg. So, wir wissen ja jetzt schon, was hier abgeht. Ähm, Poster müssen wir noch zerstören. Lass mal finden, das Drecksding. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Was? Wieso explodiert da unten was? Ich habe damit nichts zu tun. Aber damit habe ich was zu tun. und zieh, zieh doch. So. Ziel wurde nicht gefunden. Suche ab. Natürlich haben wir da noch ein bisschen mehr. Jupp. Oh, geil. Zerstörung. Das ist es, was wir wollen. Wir wollen hier alles zerstören. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Bum. Ich muss noch mal einen Tank muss in die Luft jagen. Stimmt keine Tankstellen-Tank, sondern einen Tank da drinnen wahrscheinlich wieder. Muss man nur finden erst mal. Das muss auch weg. So. Was haben wir noch Schönes? Oh. Komm, spreng. Yes. Okay, versuchen wir mal was. Yes. Hat funktioniert. Okay. Wo ist dieser komische Turm zum Sprengen? Das Fass. Jupp. Los, Rebellen. Komm schnell rein. Da ist schon wieder zum Hacken. Gibt es ja gar nicht. Noch eine Waffe. Wir haben gleich was anderes zu tun. Da kann ich schnell mal Hacken. Hack, 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 hack. So. Hallo, meine Freunde. Alter, wo kommt ihr alle her? Lol, ist das krank? So. Ähm, ja. Die läuft irgendwie falsch. Aber ist okay. Okay. So, jetzt muss ich noch dieses Fass in Luki haben. Da hinten gibt es Waffen. Mal ein Luki-Luki machen. Was für Waffen? Und noch ein Raketenwerfer. Geil. Hallo. Gibt es euch gar nicht. Okay. Ah, da ist auch unser Freund. Hallo. Was? Oh shit. Ich habe das Rotorblatt getroffen. Wieso schotzt er nicht ab? Was? Ja. Ja. Okay, jetzt brauchen wir so ein hässliches Bild. Wo ist das lässliche Bild? Wir werden es auch noch in die Luft jagen. Da, 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 da. Überall wird geballert. Hey Leute, habt ihr auch irgendwo ein hässliches Bild gesehen? So eine hässliche Fratze drauf. Sehr gut. Da haben wir es doch. Muss da einfach sein. Aua. Huch. So. Was? Da funkt jemand. Nein, Kronk. Lass es einfach. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Puh. Ja, warte mal. Es gibt zwei Schilder. Shit, da gibt es noch ein Schild. Wir sind immer bei den Eingang wahrscheinlich der Stadt. Alter, die Kamera. Oh, da kommt das Kotzen. Fahrerflucht. Was? Fahrerflucht? So, gucken wir mal. Einen anderen Eingang der Stadt. Wir fliegen zum Beispiel. Hier hängt ein Schild. Ist das das Schild? Das ist das Schild. Was? Stopp! So. Und tschüss. Nein. Flacke hissen. Flacke hissen. Das ist unsere Stadt. Miau. Ja, ein paar Leute sterben vielleicht. Wow. Hier Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Ein paar Leute sterben vielleicht. Das gebe ich ja zu. Aber es ist ja alles für den Frieden. Für den Frieden, Leute. Oh yeah. Ja, Städte befreien ist easy. So. Wieder ein Schritt Richtung Freiheit. Ja, Freiheit ist wichtig. Hä, ist das denn da? Ach, das ist die Garage. Okay. Was haben wir denn noch Schönes? Das hier? Oder das da ist noch eine Stadt? Mh. Ich gehe mal davon aus, dass das hier was ist und das hier auch noch was ist. Lass uns einfach so der Stadt. Äh, da lang. Dü, 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 dü. Ja, jetzt sind die irgendwelche komischen Signale für irgendwas zu finden und so. Keine Ahnung, was das ist. Juuu. Freunde, ich habe gute Neuigkeiten. Alba wurde befreit. Rico und die Rebellen haben einen großen Sieg für die Freiheit erhungen. Die Revolution geht weiter. Siehste mal. Aber hatte Mario nicht eigentlich irgendwas gelabert gehabt vorhin? Ich bin mir nicht so sicher, ey. Was haben wir denn hier Feines? Wow. Wir sind keine Gewalt. Wir sind keine Gewalt. Wir sind keine Gewalt. Geht weg. Wir sind keine Gewalt. Wow. Anfänger geht kaputt. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Wow. Vielleicht zwei auf einmal. Mist, da habe ich nur die Tür erwischt. Yeah. Ich bin Wolverine. Ich habe meine Klauen reingeschmissen. Ich habe meine Klauen reingeschmissen fallen. Reingesteckt habe ich sie. Oh, es sind noch mehr von diesen Viechern da. Alter, wie viele haben denn die hier? Ganz schön krass. Da war noch eins. Da war noch eins. Hä? Da ist zum Beispiel was. Natürlich auch wieder nur die Tür. Oh, ich bin sowas von bereit. Oh, yeah. Die Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs. Ich krong. Wir wollen keine Einheiten zusätzliche. Wir sind schon unterwegs. Ich bin der Tod von oben, Leute. Der Tod von oben. Los, finde den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Ist das nicht so ein Plakat? Reicht's mir. Nee, das ist gar nicht so ein Plakat. Egal. Der Fallen tut sie trotzdem. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Heitliches Motorrad zerstört? Okay. Davon wusste ich jetzt war noch nichts. Das war ich nicht. Zumindest nicht mit Absicht. So. Jetzt reicht's mir. Jetzt geht's ab zur Police. Station. Na, erstmal das dann noch gemacht. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Na, komm schon. Ich hab dran das Ding. Hallo, wie geht's Ihnen? Verstärkung ist unterwegs. Ja, guck mal hier, was jetzt machen. Oh, fuck, fuck, fuck. Fuck, Leute. Das ist ja voll fies. Verstärkung ist schon unterwegs. Zielperson eliminieren. Kein Problem. Juhu. Ich bin schon weg. Tschüssi. Hier Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Stacheldraht. Wö, Helikopter? What the fuck? Seid ihr nicht mal ganz knusper, hier einfach an Helikopter lang zu fliegen? So, versteck mich einfach. Oh. Geht nicht so einfach. Hier, ich komm zu dir. Kriegst du was Feines von mir? Warum nicht? Na? Geht doch. Jetzt reicht's mir. Müssen ein bisschen schießen. Ein bisschen ballern muss hier gemacht werden. Nice. Oh. Die Rebellen sind auch so reingekommen, ohne dass ich die Tür aufmache. Haha. Geil. Sterb, 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 sterb. Ja, geil. Oh, was haben wir denn da Feines? Hier, macht den Tank kaputt. Juhu. Jetzt reicht's. Wir müssen wieder, ja, sowas machen. Haha. Wo ist denn der Waffenschrank? Wo ist der Waffenschrank? Der ist wichtig jetzt. Wir will eine fette Waffe haben. Aber wir müssen mal ein paar Leute killen. Oh yeah. Geil, Munition. Da liegt immer noch einer obendran. Haha. Oh shit, das Ding ist immer noch nicht explodiert. Oh, Entschuldigung. My friend. So, was gibt's hier noch kaputt zu machen? Ah, Rebellen reinlassen. Hä, wie soll ich hier noch mehr Rebellen reinlassen? Ich hab gar keinen Platz für noch mehr Rebellen. Ach, da ist noch ein Tor. Lol. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Kein Problem. Hallo, Helikopter. Und da war er weg. Sehr krank. Musst dir das mehr einfallen lassen, um mich aufzuhalten? So, Polizeistation gehört jetzt uns. Was haben wir denn da noch? Da gibt's noch irgendwie andere Sachen. Was ist das denn? Lautsprecher, Propaganda-Van, Projektor und Propaganda-Plakate. Kontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Propaganda-Van. Was soll denn hier ein Propaganda-Van sein? Er hatte keine Schmerz. Ja, hatte keine gehabt. Ist das ein Propaganda-Van? Was ist da draußen los? Bitte komm. Bin mir sicher. Wird einfach mal gemacht. Warum antwortet niemand? Sieht mal da oben. Explosion. Schnell, vor der Verstärkung hat. Nein, da wird schon wieder eine Verstärkung. Wir haben Feinkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. So, wo ist dieser scheiß Propaganda-Van? Kann ja nicht sein. Wo ist dieser letzte Lautsprecher? Ich soll irgendwo hier sein. Auf der Seite. Da ist er. Dich hole ich mir, mein Freund. Das ist ein etwas größeres Dürfchen hier. Da ist noch ein Schild. Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Lalalalala. Das ist echt ein richtig schönes Städtchen hier. Muss man ja schon mal sagen. Da, was haben wir denn da Feindes? Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Und. Hehehe. Das müsste zwar vielleicht reichen, aber ich möchte ein bisschen mehr. So, du da drinnen. Tut mir leid, dass du für die Idioten arbeitest, ne? Selber schuld. Und. Buh. Alter, das ging richtig geil ab. Dann gibt's noch einen Projektor. Was auch immer das sein soll. Jo, wie's geht. Geht immer in Deckung, mein Freund. Hier wird scharf geschossen. Die laufen ja genüsslich rum, als wäre ja kein Krieg, ne? Krank, Alter. Krank. Ich habe jetzt noch eine Baustelle reingebaut. Das ist doch schön. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Was ist da draußen los? Meldet euch gefälligst. Der Kronk. Das tut mir echt leid, so ein bisschen. Gutes Personal und so, ne? Ein Projektor projiziert ja eigentlich was. Oder meint die Generator? Ne, ein Projektor. Direkt ein Projektor. Oh. Ach, hier sind ja kleine Markierungen drauf. Loll. Das heißt, hier muss das Schild irgendwo sein. Wahrscheinlich hinter der Kirche. Bin schon drüber geflogen? Da ist es doch. Komm schon. Hä, ist noch nicht kaputt? Nice. So, und jetzt noch den Van. Der ist dort. In die Richtung. Der Projektor, nicht der Van. Der Projektor. Der war ziemlich weit hinten, ja. Was macht der da oben? Der fliegt mit seinen Fallschirmen hier rum. Jemand mit dem Fallschirmen fliegen sehen. Da haben wir doch was Fettes. Ich hab leider... Doch, ich hab noch was. Wo ist die Flacke? Der ist die Flacke. Okay, jetzt ganz schnell. Los, lauf. Geht in Deckung, meine Freunde. Geht in Deckung. Die Stadt gehört jetzt uns. Puh. Wir haben die Rebellen jetzt verbannt. Auf einmal sind sie nicht mehr da. Äh, die Armee. Die Rebellen, sag ich schon. Die Armee. Yay. Garage frei. Und ne Dings. Oh, Geländewagen-Explosion. Ist auch da raus. Uh, krass. Ja. Ja, wie sich wieder freuen. So, hier war doch irgendwie noch ein Signal hier drüben. Oh, wie sich... Siehst du ja schon, freuen sie sich. Eine friedliche Stadt, wo alle halbnackt durch die Gegend laufen. Nee, nee, nee. So, hier ist ein Signal. Sie informiert, dass Rico die DRM aus Fortaleza gejagt hat. Wie wille Revolution, meine Freunde? Da ist was. Ach, noch so ein Band. Okay. Tag 6. Ich habe mir die Alkoholsucht des Ausbilders zunutze gemacht, um in die Offiziersausbildung aufgenommen zu werden. Als sie meine Aufnahme von den Männern bestätigten, habe ich demütig behauptet, ich würde sie nie im Stich lassen. Jetzt muss ich neben dem Ausbildungslager meine Ausbildung zum Offizier absolvieren. Und... Ja, da ist schon ein Früchtchen. Äh, wo genau? Da... Wieso ist denn da so ein... Hä? 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 Warum ist denn jetzt da so eine Sperre? Das lassen wir nicht zu, dass hier eine Sperre ist. Dich wird niemand vermissen. So sieht's aus. So, Sperre beseitigt. Yeah, Crashbombe! Da fahren wir irgendwo lang und dann machen wir Boom. Mal gucken, ob ich's wieder hinkrieg. Alter, ist das ein Jet? Hängt ihr auf dem Jet drauf? Okay, ich hab nichts gesehen. So. Wo ist jetzt das Ziel? Wo ist das Ziel? Da. Ach du Scheiße! Das war nicht der richtige Weg! Das war nicht der richtige Weg! Oh fuck! Äh, da komm ich nie wieder hoch. Hä? Okay. Vielleicht sollte ich mir eine Markierung setzen. Ein Weg quasi. Eine Wegmarkierung. Scheiße, man. Wer soll das denn ahnen? Fuck, man. Das war jetzt nicht so schön. Das war einfach nicht der richtige Weg, Leute. Das war nicht der richtige Weg. Aber jetzt geht was hin. Oh, geil! Ein schöneres Auto. Gefällt mir. Komm mal einfach da noch lang. So. Sehen wir jetzt auch, wie stark die Bombe aufgeladen ist. Wir müssen auch mal nach rechts. Ach so, da ist ein Weg. Oh Scheiße! Ach, wir müssen über die Brücke da. Ah! Das ist eine geile Abkürzung. Hiha! Würde ich sagen. Hiha! Hiha! Oh fuck, ich muss raus. Uah! Eigentlich geht es hier nur um Zeit, ne? Bei den Dingern. Wäre ich jetzt nicht gegen Dings gefahren, gegen den Baum, dann hätte ich es auch geschafft, aber scheiß drauf. Ja, Turbo-Triebwerk 1. Ausrüstungsobjekt wird freigeschalten. Ich verstehe es immer noch nicht. Turbo-Triebwerk. Wenn ich da drauf drücke, dann... Ach, dann düst das Ding auf einmal los. Ich verstehe. Ja, wer es braucht für diesen Ausrüstungs-Mod. Was ist das für einer? Eine Mine oder was? Ach, eine Mine. Krass. Wer braucht sowas schon? Eine Mine. So. Sehr schön. Was wollen die denn hier in unser Gebiet? Das gehört uns, Mann. Alles unser. So, dann haben wir das freigeschaltet. Dann können wir gleich mal vielleicht... Ups. Ausrüsten. So. So, Karte. Was haben wir da Neues? So. Hier hinten ist noch was. Da fliegen wir später mal hin. Obwohl, da würde ich eh... Ah, hier. Ach, hier ist auch noch was zum Fre... Ach, du Scheiße. Noch so eine Stadt. Also, Städte sind ganz schön krass viele so. Oh. Äh. Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen vor. Alle anderen hierher. Genau das hatte ich vorgehabt. Oh, Müschen. Da, Müschen. Drehen bitte und jetzt nach vorne fliegen. So. Dann machen wir so einen Angriff von oben. Ey, wobei wir mit dem Kampfjet können wir richtig geil rumballern. Raketen. Und schwere Raketen. Nice. Genau das brauchen wir jetzt. Wir haben ihn verloren. Zurück auf eure Post. Rakete fällt irgendwie runter und... Okay, krass. Das ist ja direkt hier. Lol. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Das könnte Ärger geben. Ich liebe Ärger. Oh shit. Das sind ja... Das sind ja so ein Abwehrraketending. Wir schicken ein Helikopter ins Zielgebiet. Achtung. Wir schicken Panzer ins Kampfgebiet. Was, Panzer? Scheiße. Ich bin ziemlich kaputt. Einsatz von Elite-Truppen autorisiert. Sie sind unterwegs. Wow. Wow. Es kommen Elite-Truppen. Scheiße allen. Fuck, man. Ich hab doch nichts getan. Ich will doch nur spielen. Hm. Ich tu doch nichts, Mann. Vielleicht ein paar Sachen, aber... So, immer schön kaputt gehen. So, das dauert auf ewig, bis der kaputt ist. Ich hab zumal noch sowas hier. Nice. So. So, was bist du denn? Stirb. Ich werde alle mal sterben. Das ist was Feines. Das ist das Feines für mich. Aua. 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 Grau. Alles grau. Alles ist grau. Fuck. So weit war es ja noch nie. So schlimm war es noch nie, Leute. Nein! Fuck! Alter, ich bin gestorben! Krass, man kann in dem Spiel sogar sterben! Das hätte ich nicht gedacht, Leute. Das hätte ich nicht gedacht. Krasse Scheiße, man kann sterben in dem Spiel. Oh, krass, man kann echt sterben. Juuuuh.